Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Hexenhausbühne Vielleicht ist an der Stelle mal Zeit, einfach mal Danke zu sagen Vielen Dank erstmal ans Hexenhaus, dass die hier diese Plattform bieten Auch in Zukunft, dass hier Bands wieder spielen können Irgendwie zumindest diese dumme Zeit zu überbrücken Das wollte natürlich niemand, dass es so endet Aber mein Gott, jetzt machen wir das Beste draus Und versuchen das eben zu überbrücken Also mal einen fetten Applaus fürs Hexenhaus Vielleicht machen wir zu wenig ernste Ansagen Aber vielleicht ist es auch ganz gut so Aber ich glaube in der Zeit ist eine ernste Ansage auch mal okay Also wirklich, es ist nicht einfach für die ganzen Künstler Für die ganzen Veranstaltungstechniker Diese ganze Zeit hier zu überstehen Und es geben sich hier wirklich alle die größte Mühe Auch jetzt hier, sonst würden die hier nicht spielen Also die reißen sich hier alle in den Arsch ab Das sind einmal die Mischer vom Ulmer Zelt Einen fetten Applaus, die laufen jetzt hier mal durch Und auch einmal ein fettes Dankeschön an den Tom von Image of You Der hier einfach kurzfristig von Fotos auf Video umsteigt Und hier einfach versucht, dieses Konzert hier möglichst gut aufzunehmen Ja, es ist live Es wird irgendwann die Tage ausgestrahlt, denke ich mal Wir geben uns ein Bestes Wir freuen uns, dass wir wieder hier stehen dürfen Und in jeder Zeit müssen wir wieder aufstehen Und wenn es doch so beschissen ist, dann müssen wir wieder aufstehen Und dann hören wir uns in der nächste Saison The Boxer Das war's Das war's Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020